mittwoch der zehnte xl live geburtstag stream wieder ein jahr heute älter geworden mann 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 es wächst wieder der nächste graue herr am sack wollte ich gerade sagen einen spaß ziemlich happy drauf und wir überlegen uns ganz spontan nach einer zeit was wir dann alles spielen werden auf jeden fall fangen wir gleich mal an mit sniper lide 3 mit der fortsetzung von der kampagne in afrika und danach wage ich mich wieder in einem multiplayer spiel hier und im anschluss zu guter letzt wie immer das beste kommt zum schluss jawohl die fortführung bei outlast 2 freunde dann legen wir mal los hier dann los geht's so bewaffnung brauchen wir nicht verbindet sich erstmal mit der kaserne wieder ich habe gestern am mal ein bisschen ja multiplayer gezockt also ich bin ziemlich gut geworden bzw strategisch und auch effizient gebessert also ich war gestern abend ziemlich erstaunlich drüber so kooperativ modus kooperativ sogar ja gut spiel fortsetzen am flugplatz und war es so das spielt fortsetzen was denn sonst besten machen wenn es jungen afrika ist also ein superpanzer zu entwickeln die rate seine zerstörungskraft ist kaum vorstellbar sollte er jemals eingesetzt werden aber das kriegsblatt wendet sich die alliierten haben toprup zurückerobert und war ins versorgungslinien ausgedehnt er wird die rate fertigstellen wollen um es sich mit hitler nicht zu verscherzen dank walens verzweiflung und der informationen des geheimdienstes wissen wir wo die rate gebaut wird dies ist der letzte zwischenstopp mit hilfe des kampfverbandes werde ich den flugplatz lahmlegen und die nachschubversorgung unterbinden ich komme aus richtung westen und richte mich nahe des südhors ein wenn der kampfverband seinen angriff startet leiste ich feuerschutz wenn sie auftauchen wird es kein halten mehr geben darum wäre es klug den funkturm außer gefecht zu setzen damit sie keine verstärkung rufen können wie auch immer es wird ziemlich hoch hergehen so dann gucken wir mal ich habe leider habe gesagt keine noch keine webcam da wird aber angeschafft und da würde ich mir einfach mal sagen die kaffee aber beiseite stellen frau ich in dem eben gerade noch eine flasche sekt in mir geöffnet und ich sage da war brust zu euch und auf einen schönen stream ich sehe gerade alpha hat einen neuen gegenstand dann gehen wir mal zur bewaffnung das ist gut das ist wahrscheinlich wieder im fokus was ist das denn warum zeigt er mir eben gerade neuen gegenstand an bei alpha rennt ihr der helm war ja bravo ja wieso alpha es geht doch gut genau schon wieder rang 19 geworden gestern abend im multiplayer es wird und wird und wird brauers blut kebt an deinen händen ja und riecht auch noch so komisch ja es gibt vorher noch mal eine curry muss pommes vergessen gut das ding kenne ich aus dem multiplayer zwar ist nicht schlecht zutritt zum bunker netzwerk erschaffen jungen was machen wir mit vergnügen aber erst mal wo man den freckl hannister hinten erledigen würde ich mal vorschlagen oder wollen wir den beiden erst mal das licht ausschalten na gut ach den zeigen wir jetzt mal hier wie ein lagerfeuer funktioniert huch letzte taste so sagt dein letztes gebet helder das ist nicht versteckt ach ich bin nirgendwo noch gar nicht da wachsam bleiben genau immer schön wachsam bleiben ruhig blut wüsste war ich meine granade jetzt da kommen ja du falten politisch ich bin da beschäftigt dass das ich hasse das was für den menüskuss so der erste schon mal ein stream rinne moin moin herzlichen willkommen nochmal ein xl gepostet stream viele sachen mit dabei heute oh ho 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 schönes ding schönes ding das wird auch ein gutes ding ding ist kaputt gut der ist schon mal kaputt hallo hallo hey du da grüß dich so was macht der denn der für ein tanz cool das war ja ne geile pirouette eben das war mal ein schöner geburtstagstanz cool kann man style so jetzt aber das war das war es für dich gut ich bin mir jetzt wieder erstmal den trüddeltrupp wo zum teufel steckt der ja wo bin ich denn wo ha ich bin hier gerade auf dem leichenflohmarkt ich komme gleich zu dir und zu euch so 200 meter entfernung schleichen wir uns mal dahin gut 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 sammeln wir eigentlich immer ja da habe ich eine gute idee ich hoffe es wird jetzt nicht gesehen dass sie keiner lang läuft der wies he 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 guck mal auf naja mal ein kleppichstückchen mal einen doppelten machen, ne? komm 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 so und tschüss schön wäre ja ein Sack sauberes Ding da wenn wir beide schon da rumstehen wie die ganz schwulis sag ich mal so und euch gegenseitig die nummer für die gayhaut ein austauschen möchte schicke ich auch beide gleich ins Kapp so war da vorne noch irgendwas ne gut ist nix sei vorsichtig ganz genau sei vorsichtig ich kann jeden treffen den ich holen werde da mal das fernglas nehmen gucken hier oh ein panzer ja nachdem wir mal das hier rums da haben wir zum karton ja dann mach mal hey hallo hallo oh komm doppelten wieder komm oh mist schade ich war gleich beide das Licht ausknipsen warte mal so haben wir den schon mal am Arsch tschüss deiner hässlichen Läusemütze oder Läuse schoner Pickelhaube jo das Licht ist schon mal aus bei denen hallo hallo ich bin hier hast du recht ab ins Herz oder in die Lunge wir sind ja in die Lunge schöne Thoraxe jup ne macht was hu an jetzt reicht aber jetzt reicht aber jo du könntest nur kriechen du brauchst nicht mehr laufen wenn er hier ist finden wir ihn ja hast du recht na geht es finden was soll das denn werden süß ey hier bitteschön so macht man das wenn er ich bin heute immer Bones weg Knochenbrecher ja ja geh mal rüber komm mal her ja ich auch brauchst ja keine Knochen mehr so brauchst du noch Beine du ich mach mir Beine ha da ist was den holen wir uns jetzt feuer frei hey aua aua lass das aua 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 lass das ja jetzt bin ich übersteckend hier Das war ein geiles Ding, Alter. Hey, Kumpel, wo bist du? Das ist das Ding nicht kaputt. Aua! Aua! Was ist das? Kannst du das auch? Ah. Haha. So, noch was? Gut, dann halt die Klappe und fress Babybrei. Kann ich dir nur empfehlen. Bleibs in Deckung, genau. Hi! Tschüss! Du wirst gleich zitiert auf den Tisch. Lex da als Affengesicht mit Quark. So, ich muss mal hier die Lichter im Ausmachen. Aber dann, ich bin der Gerichtsvollzieher. Ich muss verschrecken. Ich hab die Strungrechnung nicht bezahlt. Leck mich! Du Arsch! Geh weg! Du scheiß Ding! Hi! Ah, Mann! Ja, sehr gut. Ja, ist gut. Triff doch mal, du... Junge. Wann! Wann! Oh, mir die fuck. Ja. 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 Halt! Fuck die Wand an! Die Wand! Ich bin... Na komm, ich bin hier. Tschüss. Was los da hinten, ne? Schießt du oder was? Hier, nimm das. So. Metall-Tambon. Na, noch was? Affen-Hittern. Oh, was? Komm, wir machen zusammen eine Schnitzeljagd. Und hältst einen nervig. Ambulition. So. Drei Meter. Ah. Scheint hier irgendwo im Bunker zu sein. Ich komme. Ja, hier, hier. Klatsch. So. Doppelt ein Rittberger, mein Freund. Oh, ein bisschen Scharfschütze. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? 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 Komm mal. Ich muss mal checken. Jo. Mal komm. Na komm. Geh weg, du. Lass mich dein Sklave sein. Na, doppeln oder nicht? Habe ich nicht recht. Habe ich nicht recht. Der wollte mit der Panzerfaust auf mich los. Nee, komm her. Wo ist dein Kopf? Ich will deinen Kopf haben. Komm. Ah. Sputznick. Komm her. Ah. Alter, soll ich jetzt sauer werden oder was? Komm rüber hier. Du Schwuchtel. So. Das ist genau ins Visier. So macht man das. Alter. Der wollte Arsch. Der wollte eine Möbel auch in der Panzerfaust auf mich losgehen. Ich glaube, der hat auch vergammelt ihre Moulade gefressen. Boah, ich brauch doch kein Licht. U-Zug braucht ihr denn Licht? Oh, ab in Stützengraben. Haha. Daneben mein Freund. Ah. Schnell weg hier. Wo feuerst du denn eigentlich? Komm mal her, du. Ich zeig dir mal, was fein ist. Ah. Aber. Boah. Das ist ein Fuchs. Alter. Verpiss dich. Du spinnst ja wohl. Alter. Jetzt fahr doch mal weiter. Na los. Schmalztopp, du. Ich muss nur mal eben an der Stelle merken. Aber wenn er sich jetzt verzieht, können wir da eine Lampe... Scharfschütze. Tschüss. Priota. So. Und hoch da. Schnell mal hin. Eine Landlinie hinschmeißen. Komm. So. Zack. So. Jetzt noch besser. Fetzt. lauf 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 ich hoffe mal da rennt jetzt hier rein da fährt jetzt hier rein ist hier irgendwo ich bin wirken weil und kommen oder das hat doch nicht reingefahren kacke gut schmeiße als ein scheiß ding nach vorne hin ein problem und noch ein oder nicht die man deckung hier lässt mich aber in ruhe jungs so das ist mal gucken oder scheiß ding ist da ist war es so fährt er jetzt lang so eine last weniger dr mc speck so macht nicht aus und das ziel ist 123 meter na gut gehen wir mal vorbei und wer im lagerhaus hier drin ist hallo ist hier jemand drin so die brutale zu waschen die brutale hat jemand den kopf zu waschen mit der panzer schreck qualität von henkel gut jetzt ist auch erstmal ruhe im karton panzerfeuchte sind immer gut gleich auf die harte zu gehen Fahrstuhl nehmen wir nicht sieh mal einer so ich gehe mal davon aus dass man die tür hier nicht aufmachen kann der frage ist wie kommt man hier rein aber das werden wir schon herausfinden anhand der generatoren mal gucken gut dann lasst uns erstmal nach oben meine heini da noch weg hauen das müssen sie noch mal das licht ausknipsen da machen wir jetzt mal ein geister kill freunde das war nur aufpassen dass hier ist so komischer klaus von klaus hier rum läuft tschüss warum willst du denn so warum willst du denn so war was ich war was ich war was brauche stellen und leid brauche stellen und leid brauche stellen und leid brauche ich brauche ich leid sie müssen sich glauben bist keine spür von dem schützen ich auch gar nicht wo ich bin kris geschichte eines alliierten letzte verteidigung die männer trinken auf second leutnant phillips ich selbst kann es einfach nicht immer wieder sehe ich alles vor meinen geistigen augen alles anderen panzerabwehrkanoten waren zerstört und wir waren zum rückzug gezwungen phillips phillips blieb zurück phillips während wir flüchteten und wartete bis die panzer in sichtweite kamen um den letzten schuss abzugeben treffer ich hätte geschwören können er lächelte als die deutschen das munitionslager trafen und er bei der explosion ums leben kam mit freundlichen grüßen x schließen und nicht hin wohl ich bin doch gar nicht da ja von jogen kann ich euch wirklich abknallen neid freundchen wenn ich mal gucken das gefällt mir haben wir denn da Und tschüss. Die besten war doch der Freggle von vorhin. Jetzt ich nur extra drehte, so eine Pirouette mache. So, noch jemand hier? Das ist, glaube ich, erstmal alles. Ups. Oh, was? Ich wollte mal ein bisschen für Nebel sorgen. Gut. Wenn hier noch ein Scharfschütze hier rumhängt. Ah! Bye, bye! Haha. Gut, das Ende der Fahnenstange. Noch einer irgendwo hinten. Na gut, mal wissen wir mal. Ins Fass schießen. Oh, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Den habe ich jetzt eben gar nicht gesehen. Oh! Hammergeiles Ding, ey. Da fliegt die Kugel auf den Sandsack rauf. Prallt ab. Und dann landet er im Kopf. Hammergeil, ey. Wow. Oh, explosiv. Hehe. Voll die Disco hier, Alter. Voll die Disco hier. Hammergeil. Na gut. Na gut, mal ein bisschen mehr Feuerwerk sorgen. Hm? Ja, ist was. Tja. Ab ins Zelt damit. Ja, gut. Hä? Hä? Muss er. Ja, gut. Ich muss mal da links rüber stellen. Da sehen wir noch ein bisschen mehr. Da drinne, ja. Da ist eine Gasflasche. Und da. Hm. Ah. Ey, ich wollte markieren. Hä? Wo ist der denn jetzt hin? Ah, ist er. Ah. So. Auf Wiedersehen. Oder auf nicht. In Hamburg sagt man Tschüss. Oh, mach was? Hm? Noch was? Hm? 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 Ja. Das ist ja nur, sind die mich jetzt fassen. Ja. Ah, dann scheint er wohl dahinter ein Zelt zu sein. Gut. Wir haben mal gucken. Dann welche Gestalten rumlaufen. Hmm. Eigentlich nicht. Hinten auch keiner. gut dann das mal wieder runter da ist keiner das ist keiner gut immer gerne wissen was passiert wenn man auf den mond schießt ich habe das ding vergrößert über die tippe um mal rüber ich weiß gar nicht kann man was leipzig auf schlugzeuge abschießen ja die sind einfach zu schnell gut bewölber munition 3 frage ist trotzdem wie kommt man jetzt hier in den bunker rein freunde wenn ihr das ist dann muss man nicht in den kommentar schreiben gut ich muss diese türen aufkriegen und darunter zu kommen ja schnauze die tür ist offen ich hab's mir gedacht kommt da jetzt was du da kommst du jetzt nicht hallo doch mal absteigen das ding nicht benutzen nutzer rüber weil kollege das ding da vorne mag ich nicht nächste licht ausgeknipsen das war jetzt hier naja da unten jemand hallo naja so wenn ich auf die harte zurück gleich auf die harte tour wir haben ihn in die enge zieht halt saul da genau knallt ihn ab wo bin ich denn aber hallo ich kenne das ganze gebiet ich habe von der waffe fallen schießt ihr dann der hässliche flosse weg und habe ich gut bearbeitet hier ich habe kontakt aber jetzt reizt aber ihr schluss benutzt jetzt reizt aber man mann 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 könnt ihr mich hören pickelpeter dödelt so ein mück der nächste bitte mit granaten werden wir nicht schlecht super davon habe ich ja eben gerade gesprochen und kriegt vielleicht schon eine granate eine stolpermine sogar noch oha ich bin doch gar nicht da bin ich denn hallo huu bleib in deckung ja bleib in deckung hm aua ah Mist nein ich bin zu jung zu sterben lass mich lass mich lass mich ah Mist Alter ich brauche shit wachsam bleiben ich habe ihn wie sie hast du nicht ficken geh weg na komm runter ich sehe ihn als maul halt die spritze du so revolver munition ich will die revolver nicht mann sind wir so immer die panzer schreck weg brauche ich jetzt mal nicht mehr danke noch 20 meter gut haufenweise munition geschichte der achsenmächte angriff der infanterie die briten hatten uns mit schwerem maschinengewehre abschuss beschuss in die enge getrieben oberleutnant sommer entdeckte maschinengewehr stellungen voraus und an der rechten flanke und befahl uns die rechte flanke anzugreifen während er nach und acht männer zurückblieben durch den dreck krochen wir in richtung unseres zieles als wir auf einmal sahen wie der oberleutnant mit seiner gruppe über 400 meter freies gelände in richtung der vorderen stellungen stürmte er nahm drei stellungen ein und machte 50 gefangene sie alle waren so überrascht von seinem wagen mut wie wir selbst mit freundlichen grüßen nix gut nach vorne glaube ich war weiterhin nichts aber kleine aufmerksamkeit erregend okay cool wäre ja jetzt ohne ende munition und auf jeden fall ein paar midi kits gut sammle information jo gut karte der rattenfabrik haben wir gefunden ja weiter munition ich auch noch mal untersuchen nichts gefunden was du haben Freie die Gefangenen, ja, das machen wir. Hi, Meister! Ich dachte schon, das war's. Ach, Quatsch! So, alle mal raus! Gewoll war voll. Okay, müssen wir jetzt hoch oder hier unten bleiben? 135 Meter. 33. Bunker. Bunker! Bunker! Ah! Wahles Tagebuch Fertigstellung bedroht. Die Alliierten drohen alles kaputt zu machen. Wir müssen uns beeilen, um sicherzustellen, dass der Panzer fertig wird. Dafür müssen jegliche Anstrengungen übernommen werden. Ich habe Material und Männer verbeteilt. Nichts darf die Fertigung behindern. Sobald die ersten Panzer fertig sind, schlagen wir den Vorstoß der Alliierten zurück, stellen unsere Versorgungslinien wieder her und maximieren die Produktion. Oh! Ich bin schon wieder eben auf die R2-Taste gekommen. Ich muss das Ding echt mal austauschen. Schreck, ich bin nicht noch vor meinen eigenen Schutzen. Cool. BD-Pack wäre echt cool. So. Bitte? Was hast du da aus dem Hals gefurzt? Nein! Haha! Shit! Shit! Völcher Weg! Der Weg ist nicht gut! Oh! Hier rum! Ich hoffe, dass wir vorne sind. nicht wieder welche. Komischen Haufen. Dreck da. Oh! Oh! Moin! Nein! 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 Hä? Was? Hallo? Ah! Kack you! Du Rattenbisse! Ich dachte, was ist das? Wack! Was? Wack! Ho! 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 Wack! Haben wir keine Landminie mehr! Ne, schade. Oh Gott. Dafür müssen wir heute drehen! Huh! Du siehst mich gar nicht! Aura! 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 Oh, tschüss. Bye, bye. Doppelkill. Jetzt auch nochmal Doppelkill. Das wäre geil. Ah, das war das. Ah, Mann. Stürm. So, der nächste, bitte. Juhu, die hocken alle wie die Karnigels. Freut mich. Komm, ich hoffe, der trifft jetzt die Granate. So, ab jetzt unten, Marc. Und schön. Jo, die Lunge. Ah, Mann. Triffst du nicht, du Pfingling? Ach, ich bin doch so. Ich hätte auch gerade hier auf die Ölande treffen können. Oh, komm. Verrack. Jupp. Das ist jetzt nur noch Kidney-Bone. Na. Doppelten. Jetzt ein Doppelten. Ja. Oh ja. Ein Doppelten, Alter. Ein Doppelten. Schönes Ding. Schönes Ding. Gehen wir mal gleich das erste Blatt. Kies dich. Oh, wieder ein Doppelten. Oder nicht. Ne, schade. Verrackt. Ne, ey, ey, ey. Müssen wir bloß auf die Leute mit den Panzerfäusten aufpassen. Alter, so viele Leute, ey. Wahnsinn. Ja, das ist leicht, ey. Ah, ha, ha, ha. Wow. Und Schiss. Jupp. Cool. So, ja, halt bei dem Flohmark hier vom Panzerfreund. Wahnsinn. Äh, cool. Fallen da oben wie die Fliegen. Die nächsten Wette. Ich schalte die deutschen Fahrzeuge aus. Ja, machen wir. Und Schiss. Gucken, wo der hingeht. Ja, das war schon mal der erste. Oh. Hä? Ah, ganz doch hier. Kommt nicht. Gial. Schauze. Bin doch gar nicht da. Ihr seid doch blind. Kann doch den einfach hier jetzt noch haben. Oh. Oh. Facke. Oha. So war ich da. Tschüss. Gut. wo bist du hier haue ich die raupen aus der Nuss komm ja komm komm wo bist du oh da holt nicht jemand komm den holen wir uns den holen wir uns Schöpf so, deine Suppen-Toppel schönes Ding gar keinen Panzerschreck dann so ach nein du siehst mich nicht an alter verpiss dich verpiss dich mit der Blechpüchse verschwinde geh weg ah man bist du fertig verschwinde jetzt komm hau ab nur die Blechpüchse da lauert jetzt schon auch mit da wo ist jetzt die Schmachstelle da nach ich bin nicht untergetaucht übergetaucht da lauert er die ganze Zeit scheiß Panzer ja gut bleibt mir keine andere Wahl Freunde ich muss leider runter hier schüssi schüssi govski schreiß govski der nächste bitte komm du feigling wie bist du komm komm raus schnauze 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 und tschüss nächste bitte oh gott noch so eine dreckskarre alter komm verschwinde verschwinde danke so noch ein Problem komm raus wir zogen uns erstmal ein paar Panzerfäuste da ist jemand mal gemein sein so töte den Funker um die Verstärkung so alles erledigt Sie können keine Verstärkung rufen wenn Ihre Funkgeräte zerstört sind hm kriegen wir hin so Leanfield gut das hat man schon mal erledigt Frage ist jetzt wohin hm gut das machen wir erstmal schnell nochmal Deckung suchen da vorne sind die ganzen Piebels über den Panzerfäusten ich hab nur halt keinen bock dass wir jetzt gesehen werden da kommt fette sau erwischt da lauf so das wäre schon mal der eine und da vorne liegen auch noch Panzerfäuste rum sehr gut so die machen wir jetzt auch platz bingo jawohl sehr schön gut ich glaube da fehlt jetzt aber trotzdem noch einer Frage ist wo es jetzt der andere hin weil ich glaube einer war das noch war hier noch irgendwas von hier kann man ja eben raus naja so der nächste bitte zerstöre das bombenlager zerstöre das bombenlager kein problem zerstöre das bombenlager ja dann wollen wir mal roms sauber roms 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 ein haben wir noch auf dem kassen Nein, bleib stehen, Mann, bin ich auch so doof, ey, ziel nicht. Bäm, boah, haha, 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 ich liebe solche Explosionen, zack, so, bitte einmal rauskommen, sonst komme ich. Ungehemmt. Na, hallo, ist hier jemand? Hallo, du bist gerade hier reingegangen. Herbert, ha? Herbert aus der Herbertstraße, du bist doch gerade hier reingegangen. Früchtchen. Gut, ah. War hier jemand? Ach, das war nur ein Schatten eben, ah, okay, alles klar. Trotzdem wollte er Randale machen, ja. Wunderbar. Wunderbar. Das muss fetzen. Freund, nee. Hallo? Ah. Und tschüss. Das war ein schöner Bullseye. Das war doch mal ein hammergeiler Bullseye. So, hältst du mal bitte die Luft an, Arisch? Oh, tschüss. Roms, störe ich. Das war's gleich für euch. Jetzt könnt ihr zum Reichsarbeitsamt, wo viele von euch jetzt arbeitslos sind. Jo, mach nix mit Vergnügen. So. Oh. Oh. Den machen wir alle. Den machen wir alle. Spuff. Und noch einen. So. Bitteschön. Boah, mal eine schöne Überraschung, hier, was, Freunde. So, erreiche die Verkundierungspunkt hoch. Aber immer. Ah. Ich glaube, da vorne sind welche. Tschüss. Danke, meine Schweinchen. Oh, gut, danke. Und tschüss. Ich bin weg. Bye, bye. Arschloch. So, noch einen Problem? Hm? Noch einen am Problem? Ich bin da mal weg. tapa ca 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 ca. Ha. Ai, mhm. Oh Mann! Was ist da hinten eigentlich? Ah, okay. Haben wir jetzt eigentlich alle gekillt oder haben wir die nicht gekillt? Ah, da ist ja noch einer. Oh, warte mal. Ich komme mich mal eben besuchen. Mein Dickerchen. So. Wo bist du denn? Die werden ja erstmal gemein sein. Kill, Baby. Kill Bill. Ich bin der Grill Bill. Gut, der ist schon mal weg vom Fenster. Ich liebe diese Zerstörungswut. Jo, ich glaube das war es hier eigentlich. Da oben ist keiner mehr, ne. Gut. Dann gehen wir mal zum Evakuierungspunkt. Okay. Trophäe erhalten. Demolition Man. Yeah. Besser als Crash-Tamys, oder wie die noch hießen damals. Cool, das war ja mal ein schönes Level. Coole Aufgaben. Sehr, sehr actionreich. Cool, cool, cool. Ich mag sowas. Grafschützen, ne? Wow. Alles erledigt. Sehr schön. Flugplatz langgelegt. Endstation. Die Konstruktionsanlage der Ratte. Tief ins Massiv des Miedes geschlagen. Ein seltsamer Ort, um einen Panzer zu entwickeln. Aber die steilen Abhänge helfen dabei, sich zu verstecken. Es wird Zeit, die Ratte und die gesamte Anlage zu zerstören. Dem Reich darf so etwas nicht noch einmal gelingen. Unterwegs muss ich die Produktionsbänder stilllegen. Außerdem befinden sich auf dem Weg ein paar gute Aussichtspunkte. Und wenn das erledigt ist, kümmere ich mich ein für allemal um Wahlen. Gut, Rattefabrik. Los geht's. Keine Upgrades, macht nix. Machen wir direkt weiter. Der letzte Arsch voll, wie es wohl aussieht. So. Ich bin hier mal gespannt. Ach, ist ja auch geil aus, ne? Wow. Das sieht ja echt geil aus. Ich muss mal sagen, Freunde. Gut. Den ersten werden wir schon mal mal Kinken stören. Prost. Da hinten noch mal gucken, ob da irgendwelche Scharfschützen, ne? Passiert sind. Und dann können wir die auch gleich erledigen. Gut. Dann mal runter hier. Ist ja echt ne geile Aussicht. Also, boah. Cool. Ich liebe das bei solchen Spielen, Freunde. Und der ist runtergeflogen, wa? Jo. Trotzdem hier auf Scharfschützen aufpassen. Gut. Ist nix. Wupp. So. Mal gucken. Das sieht aber nicht so aus. Als ob da Scharfschützen postiert sind. Das würden wir ja merken. Ah. Bist du gleich der Erste? Der Zweite? Der Zweite? Hallo. Hallo. Ich grüße dich. War irgendwas? War was? War was? Das war doch gemein, Freunde. Was für ne Spur. Hier gibt's keine Spur. Ich bin doch hier nicht bei Sherlock Holmes. Du Schmutzradde. Guck mal da unten mal. Ach. Das ist ja echt ne geile... Ne. Jo. Das hier rein. Markiert. Ich hoffe, der Arsch kommt ja wieder. Was macht der da eigentlich da oben? So. Du jetzt der dritte Mann. Der jetzt gehen wird. Und Schiss! Und weg! Der nächste, bitte! Ach, Quatsch! Hier ist keiner! Ja, super! Auf! Besuch! Durchkämmt das ganze Gebiet! Mhm. Quatsch! Hier ist kein Eindringling. Super! Aber das war doch... im vorigen Level echt cooles Ding, Freunde. So! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Hopla! Da war ein Pickel. Den wollte ich nicht mal entfernen. Bin sehr abzessfreundlich durch. Frage ist, jetzt kann man eigentlich die Stahlseile da durchschießen? Ich weiß es nicht, Freunde. Wollen wir es mal versuchen? Ich habe zwar kaum, dass das was bringen wird, aber gut. Wir probieren es einfach mal. Hä? Nix! Ne! So! Mal gucken, wie wir als nächstes eine Pirouette verpassen. Der sich so schön dreht. Die Panzer schreckbar halten wir mal. So! So! Wir haben doch mal lunsen! Oh! Ist nix! Oh! Da drüben auf der Brücke! Äh! So geht da keiner lang! Okay! Egal! Ja! Oh! Oh! Da war doch gar nix! Ja, ich bin hier! Hallo! Guck, guck! Hoppla! Mit freundlichem Grüßen von Sniper! Boah! Ich seh' dich doch da hin! Komm noch mal raus da! Was ist denn los? Was ist denn los? Das ist das nicht für deine Brust erstmal! Oh! Da ist jemand! Na, wollt ihr runterkommen? Ich auch! Oh! Noch was? Hä? Noch was? Der nächste bitte! Nu komm! Langweil mich doch nicht! Komm! Komm! Ich hab' ne Musik! Triss doch gar nicht! Yo Baby! Yo Baby! Ich will, dass jede Station rund um die Uhr besetzt ist! Doppelschichten für alle! Ja? Zumindest ne Extraschicht! Lasst euch nicht aus der Reserve locken! Ich zerstöre die Stromstrand! Kannst noch mal zu hoch werden! Ja! Jo! Das machen wir! Ja! Ja! Lass eben mal gucken! Okay! Erstmal ein Fernglas nehmen! Hm! Ich weiß nicht, hab' ich zu faul darüber zu laufen, Freunde! Lass' uns mal die Panzer schrecken! Genau! So! Und hopp! Ah! Trappen hab' ich jetzt nicht! Nee! Shit! Shit Schmidt! Lass' uns jetzt mal hier gucken, ob wir noch was kriegen! Hey, Arschi! Hallo! Oh! Oh! Coolzeit! Haha! Komm' raus! Komm' raus! Komm' raus! Hoppla! Noch was? Oh! Ja! Oha! Ich mich! Moin! Oh! Oh! Roboter! Kacke! Bye-bye! Sack Arsch! Kenode! Au! Schlafen Zeit für den! Mann weiß der nie! Messer! Wird ein Roboter da! Boah! Er ist ein Roboter da! Boah! Ah! Mist! Komm! Komm her! Ich bin hier! Hallo! Ah Hi Tschüss Ah Mann So weg mit der Waffe Aber zack Das hessische Lüge Da eigentlich aus Okay Das wird auch hier mal ein großes Ding hier Wunderbar Nochmal nach oben Die beste See Hier noch irgendwas War hier nichts mehr Hier war nichts mehr Ah ja Na klar Hey Arschloch So hier Komm Ja Süße Dein Lüge Alter Kannst die Rechtszahl Sonst irgendwo hinstecken Nimm das Ding in den Mund Und fernig Geh mit dem Mund Wie zack Wie zack So Lecker Ein Transformator Wenn ich ihn zerstöre Lege ich eine ganze Linie Ah Mann Was ist los Die habe ich doch die beste sich freunde Schießt Schießt jetzt einfach mal So Schießt jetzt einfach mal Schießt jetzt einfach mal Noch was Ich habe noch ein bisschen Probleme mehr Komm her Sonja Komm Komm her Komm her Komm her Ich bin hier Hallo Hier Oh ja Das Ding da unten Vielleicht Ja Oha Nee Mann Ich bin hier Ich bin hier Guck guck Na du Grüß dich So Brille Viel Mann Ich schenke ich dir Ich bin hier Ich bin hier Die ist besetzt Die bin ich jetzt Immer schön in die Gedärme So, der nächste bitte Wow Double Kill Hey, nicht packen Kannst du auf Goma Doch ein Problem Ha, doch ein Problem Ah Sehr, wir kriegen ja Besuch Kommst du jetzt oder soll ich dich holen? Ha? Komm Du schadest doch mit deiner Gesundheit da hinten Na komm Wenn nur einer von euch sich nicht richtig ins Zeug legt Werden alle auf halbe Rass Oh ja, halt die Schnauze Ah, was macht das denn jetzt? Hä? War gut Scheiße, oah Sag mal Leute, was wollt ihr alle von mir, hä? Geh zu, dass wir sterben gehen Weil der Typ hier, ja, den ich hier gerade steuere Der hat alle eure Mutter gefügelt Haha 14 Meter Ah, ja, super Sehr schön Sehr schön So War beim Blatt Das Strom ist weg Dann nehmen wir jetzt jetzt den nächsten Auha Lauf nicht zu schnell, du wirst geblitzt Oh, Mist Ja, komm Hallo Hey, du da Was ist denn los? Du hast dann neben getroffen Ochse Was ist denn los? Was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Was denn? Was los? 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 Ha? Ah Die Kacken, Alter Die Scheiße schleppen Fertig Friss Ja, Feuer frei Und los geht's Ja, schießen Ja, ne, dann schüttel die Haha Noch was? Rück zu Rück zu Gute Idee Gibt ihr recht Na komm Wo seid ihr? Du Nächsten bitte Ihr langweilt mich Immer mit der Ruhe Immer mit der Ruhe Immer mit der Ruhe Immer mit der Ruhe Bitteschön Wir sind auch noch mal ein Ticket Die Tod So, noch was? Irgendwann ist noch mal gut Nee So, noch mein Befehl Der Glück Gott ist noch mal Nächste Schmutzi Apein ihn noch , hör zu Schmutzig Schmutzi Gut, 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 gut Gut, 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 gut Gut, 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 gut Gut, 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 gut Gut, 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 gut Gut, 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 gut Gut, 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 gut What the hell This one noch was da habe ich ja habe ich auch unser werk ist nahezu vollbracht danach widmen wir uns demnächst ist ja schön für dich ich wollte mal hallo sagen ich hab was für euch mal hier warte mal schmeiß ich jetzt mal da hinten rüber bitteschön hier schenke ich dir bei bei wäre es erst mal hier gewesen feuer frei freie von montivoren war gut jetzt oder was feuer ist teuer lasst das sei doch nix doch was immer mit der ruhe ganz genau immer mit der ruhe so war der forum hier ich grüße dich verabschiede mich ab in den hals Halt, 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 Halt. Raue. Jupp, ich bin am Luftbräuern. Seid dankbar, da kannst du atmen. Ja. Ja, wo stecke ich denn, ha? Wo bin ich denn? Ich bin hier. Hier bin ich. Hier, hier. Und tschüss. Der nächste, bitte. Ich seh dich auch. Komm mal hier, ich hab was für dich. Ja. Was versteckst du dich denn auch, da? Das ist ein schöner Schlitz. Jupp. War starker Raucher gewesen? Dann sagen wir dankbar. So. Und weg damit. So. Zerstöre den Munitionsspeicher. Jo, das kriegen wir ja wohl hin. Ja, bitte schön. Jetzt mal ein bisschen verteilen, hier. Gut. Und noch einer, bitte. Was denn? Was machst du da? Was soll das werden, hä? Komm mal her. Na ja, ich hab was für dich. Was? Hat jemand gerade versucht, auf mich zu schießen? Hm? War das gerade ein Antrag auf den Tod? Das ist gut. Na dann, nein, hier. Bitteschön. Ah, das war noch einer. Dann schieß ich mal jetzt auf den Gasthang. Warte mal. 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 bandaID ist. Wenn ich hier Sniper geworden bin? Von daher kenne ich mich sehr sehr gut mit Bohrungen aus. So, die nächsten bitte. Komm. Nein, Excalpes davor. Nein, ich feiere einstellen. Warum? Na ja, Vorsicht. Ah, Na komm Ah Tschüss Ja Und sterben Der nächste bitte Der nächste bitte Tschüss Ah 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 Oh Ah 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 Komm! Schnell in Deckung! Schnell in Deckung! Und tschüss! Der nächste bitte! Hahaha! Durch die Flagge hindurch! Sauber! So, noch was! Unterstützungsfeuer! Gieß nicht! Na komm! Die nächsten bitte! Kommt raus! Kommt raus! Immer hier seid! Wo ist denn noch einer? Schade, dass man nicht auf die Munition schießen kann! Ja, macht nix! Den Rest füllen wir uns jetzt auch! So! Dann wartet mal auf den Befehl! Verstärk die Patrouillen! Der Wüstengeist darf uns nicht in die Quere kommen! Na ja! Kriegen wir schon hin! Arschloch! Und was ist, wenn ich in die Quere komme? Hm? Was ist dann? Hm? Was ist dann? Guck mal hier! Ich hab was für euch! Ja! Einmal! Am besten! Ja! Wir schmeißen mal eine Granate rein! Und weg hier! Und weg! Ah! Hä? Wieso? Ah! Alles klar! Mal rüber hier! Mal rüber hier! Hä? Installiert! Outlast 2 Version 103! Ah! Stimmt! Das war ja ein neues Update da! Okay! Okay! Hm... Hier ist aber keiner mehr, ne? Ich hoffe immer nicht! Okay! So eine scheiß verkackte Tür! Sprengnadung platzieren! So! Und raus! Schnell raus hier! Schnell raus hier! Schnell weg hier! Ab Entdeckung! Ah! Nicht nervös werden! Ich seh' ihn! Ich seh' ihn! Ja! Ah, nun ist gut! Verpisst euch! Und stört! Zerstört! Eiskalt zerstört! Und stört! Und stört! Oh! Oh! Krass im X10 Block! Hehe! Träkszyna trwa! Ktocha! Ktocha! Ja! So, jetzt brauchst du noch ne Augenklappe, Captain Hook. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Hallo? Ich bin hier. Hey, ich bin hier. Du Assi. Bitteschön. Yeah. Wer macht Soldaten für AssiTV? Super. So, war's das jetzt endlich? Oder hab ich noch irgendwelche Probleme? Habt ihr noch irgendwelche Probleme? Hm? Hm? Haarstuhl. Ich freue mich noch was an. Ah, der Wüstengeist höchstpersönlich. Ja. Der Mann, der im Alleingang durch Halfaya gezogen ist, sich nach Siva gestohlen und mit einem Krieger in Kasserin duelliert hat und unsere Versorgungslinien unterbunden hat. Ich bewundere ihre Arbeit. Wir sind uns ähnlich. Sie und ich. Wir sind beide Soldaten. Wir sind Kriegsarbeiter. Wir lieben unsere Arbeit. Wir haben nichts gemeinsam. Weg, 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 weg. Puh, das fett wird. Ach du heilige Speckbacke. Das sehe ich auch so. Der läuft ja gerade ganz cool hier. Gut, dann müssen wir uns mal versuchen, da ran zu schleichen. Was war das? Wir haben eine Schnauze! Scheiße, Feuer nicht vermeiden, aber gut. Wird's ja nix. Egal. Müssen wir halt jetzt durch. Ah, Mann! Picken! Schnauze! Komm her! Ekelhaftiges Geschwür. Ja, was denn? Ist irgendwas? Ist irgendwas? Was kommt los? Ja, wo stecke ich denn? Komm doch raus und such mich. Such mich doch. Ah, komm mal hier. So, jetzt habe ich dich gedrückt. Und tschüss. So. Bye, bye, Hannes. Gut, dann haben wir hier schon mal einen ersten Generator. War da jemand? Das haben wir eben gar nicht gesehen. Sprengladung platziert. Sehr gut. Das ist schon mal der erste, ey. Die Party steigert sich. Bist du gedrückt oder gedrückt? Ah, sie schickt mich. Und macht dich glücklich. So. Tschüss, Sikowski. Herr Scheißkowski. Sie sehen mich doch gerade. Ah! Tschüss! Oha, jetzt gibt's Ärger. Jetzt gibt's Ärger, Freunde. Position halten, hier. Fuß was gegen deine Knie. Bitteschön. So. Die gibt's an der Muskulatur. Kann ich nur empfehlen. So, da hinten war, glaube ich, noch einer. Na, komm. Ich glaube, dir brennt ja wohl, der Hirn. Hier brennt ja wohl, der Hirn. Und Schiss. Weg mit dir. Noch irgendwas? Hm? Was denn? Verpiss dich. Geht mal auf den Sack. Geschwuchtis. So, gehen wir mal auf die Entdeckung. So, gehen wir mal auf die Entdeckung. Ist doch gar nichts los. Hä? Ist doch gar nichts los. So. Feuer, herz auf mein Rebellen. Position halten! Nein! Komm! Komm! Geht mal auf die Entdeckung. 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 Immer schön mit Entdeckung bleiben. Geht mal auf die Entdeckung. So! Tschüss! Na, noch was? Hä? Noch was? Na, komm! Komm! Euch mache ich alle! Ihr Schweine-Priestis! Ah! Nein, Mann! Soll ich markieren! Keiner! So! Markieren! Zack! Danke! Gut! Tschüss! Sikowski! Bye-bye! Gute Nacht! Oh! Perfekt! Und, wisst ihr jetzt noch wo ich bin? ja ja schmalzkuchen da oben ist ja einer komm her und fuß und noch einer willkommen langweilig langweilig was ist der deckung was ist das ich weiß nicht was es ist ganz stabil die bombe zwei haben wir noch zwei jahre noch dann lass uns mal suchen so hier ist was ganz feines von mir bitteschön und gleich hinterher ab an die fad mit dir so wie man so gut schön ganz ganz wachsam bleiben auskommen mal genug Granaten wir haben nicht braucht er nix Nein Warte den hab ich ja gar nicht bemerkt Alter den hab ich ja überhaupt nicht bemerkt den hab ich ja überhaupt nicht bemerkt in 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 Ja, da ist nix. Da ist nix. Ich glaube da hinten war eben was? Hab ich das gesehen? Jupp, da ist er. Den holen wir uns. Den machen wir alle. Sagt mein... Nein! Letztes Gebet! Ah, Mann! Junge! Zielst du nicht? Komm doch! Spacken! Los mit dir! Das wäre schon mal er. Der im Stall steht. Aber so ein verpackter Generator. Mal gucken, ob da irgendwelche Sachen rumlaufen. Das sieht aber nicht ganz gut aus. Okay. So. War da nicht eben noch einer? Ja, oder? Oder war es der Einzige? Ja gut. Dann können wir mal weiter, ne? Ja, der Reisart nach oben. Au! Tschüssi! Au! So, kannst du besser lachen jetzt. Gut für dein Gesichtsausdruck. Gut für dein Gesichtsausdruck. Gut für dein Gesichtsausdruck. Wer schläft? Das ist gut. Trotzdem noch ein bisschen vorsichtig sein. Man weiß ja nie, wo die ganzen Vögel noch lauern. Dann werden wir noch mal gucken. Hä? Was? What? Wer pfeift dir? Ha! Ach du Sch... Tschüss! So, war was. So, war was. Oh, da hinten noch jemand eben. Nee, nee. Muss nicht. Dich hol ich auch noch, Arsch. Stopp mal. Kriegst du das? Und was denn? Den Sieg. Gut. Die Sprenglautung haben wir schon mal... haben gedonnert. Schleifte. Ganz leidig hier vorbei. Ohne war ja niemand. Da haben wir hier noch einen. Da ist noch einer. Wer ist er? Dich hab ich gesucht. Ey, Spatten. Komm her. Boah. Und schieß. Das ist mal ein schönes Finale hier. Ach, der ist da unten. So. Na ja. Ach, der ist da unten. Dann bleibt mal auch da unten. Bleibt wo der Pfeffer wächst am besten. So. War da oben nur einer gewesen? Oder lauert hier auch nur einer rum? Na gut. Dann lass uns mal nach oben. Die können wir ja auch von unten. Von oben runter... ...krotzen. Au. Aber zurück, Mark. Den brauchst du eh nicht mehr. Ha ha ha. Heyo. Volltreffer. 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 Wieder mal ein Tor. Wieder Schuss ein Treffer. Jeder Schuss geht rein. Volltreffer toll. Volltreffer. Alle sind mit. Dieser Sniper in die Schlager ist ein super Ding. Da unten. Das war wohl nichts. Ich bin lieber. Du hast doch lieber Zirrhose. Ich war doch froh. Die Elfer. Warsch. Ich war da unten eigentlich noch jemand. Warten war doch mal jemand, glaube ich. Komm da unten? Warten war doch mal jemand. Das stimmt. So. Ganz ruhig. Oh. Oh. Okay. Na komm her. Den hole ich jetzt auch. Und tschüss. Oh. Da ist noch jemand. Einer haben wir noch. Und tschüss. Herr Furzkowski. Herr Furzkowski. Na? Habt ihr Angst? Hä? Habt ihr Angst? Oh. Habt ihr Angst? Komm. Komm her. Komm her. Hier bin ich. Komm her. Hast du Angst? Hast du Angst? Hm? So. So. Winke, winke. So. Hier war nichts mehr. Ah, trotzdem. Der eine bereitet mir noch ein bisschen Tauchschmerzen. Und noch mal gucken. Das kann ich jetzt nicht mal anerben. Haha. Oh. Oh. Ah. Ah. Yo. Ah. Wo kommt denn jetzt hin? Hm. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wie kann die mal gehen? Wenn ich los nicht fliege? Ich werde einen doppelten Wacken. So. Jetzt sogar. Bye. Doppelkilled. Tschüss. Na? Ich mach doch gar nix So, tschüss Mach dich vom Acker Schmutzpagger Tschüss Was denn? Ja, ja, ist Faul Jetzt geht Noch was? Hä? Noch irgendwelche Probleme Was war das denn? Wolltet ihr mich gerade in die Luft sprengen? Das wäre aber ein dummer Fehler für euch Ein dummer Fehler Ah, ich glaube wir müssen da und da genau Wir freuen uns dann über den falschen Gang So, die nächsten bitte Die kommen auf jeden Fall schon mal los Ist gut Nee, den kriegen wir nicht Na nu Was ist der denn hin? Was ist das denn? Was war der denn da? Cooler Yoga So, die beiden Frankensteine Im Auge behalten Bye bye Hey, Entdeckung Noch irgendwelche Probleme Noch irgendwelche Probleme? Noch irgendwelche Probleme Ich gehe jetzt zum Panzer runter Hol ihm das Teil Hier waren wir uns Kannern, ja Okay Das ist auch ein riesen Geschoss, Freunde Alter Schwede Boah So, und rauf hier Alter Schwede Was braucht ihr so einen riesen Panzer, ey Das Ding ist cool Gefällt mir So, die Mission ist knapp Ja, ich weiß Hi, Arschloch Bitteschön Verpiss dich Dein Gesicht gefällt mir nicht Oh yeah Alter, das ist ja echt ein Hammer Geiler Panzer Boah Hätte ich schon sowas gesehen Also, boah Mal komm das Rohr da vorne, ey Hohoho So Mal gucken, ob wir da freie Bahn haben Gleich Gut Sprengladung platzieren Ja Ganz schnell Wie aus dem Hangar Wie aus dem Hangar Mit dem Tangar Oh oh Ich glaube jetzt ist Ärger Wollte mal ganz schnell raus hier Wollte mal ganz schnell raus hier, ne Ja Wollte mal ganz schnell raus hier Wollte mal raus hier Wie aus dem Hangar WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Aua! Der Penal! Das Ding ist auch ganz schön laut, ey. Da! Wo war der Fuß? Ah, der ist raus! Ah! Alles klar! Alter, kannst du da rüber gehen? Angst oder was? Komm schnell raus hier! Ach du Kacke! Wir haben ja Besuch, Freunde! Und tschüss! Das Ende naht! Das Ende naht! Juhu! Tür ist dann offen für Sniper Editor 4. Freunde! Da freu ich mich richtig schon drauf! Schiff! Ohhohohoho! Hau ab! Hau ab, du Mördertitte, du! Hinter, Lana! Ich geh die auf! Leider bin ich mal schneller, also. Pech für dich. Arschkrause. Sehr schön. Aber hammergeile Spiel, Freunde. Cool, cool, cool. So. Mal hier hoch. Acht zum Stern. Der meinen Namen trägt. Scharfschützen lässt betreten. Jo, machen wir. So, gut. Dann wollen wir mal. Das wäre schon mal der erste. Hammergeil, Alter. Geil, Alter. Das komplette Projekt ist zerstört. Tschüss, Distinkt und das Wald. Lauf, Blatt. Lauf. Bis dann, Alt. Bis dann, Alt. Tschüss. Das war's. Game. Wir sind uns ähnlich. Sie und ich. Helfen Sie mir hin. Ich bin nicht wie Sie. Ich weiß, wen ich töte. Walen ist tot und die Ratte zerstört. Aber der Krieg ist bei weitem nicht vorbei. Es gibt noch viele Ziele, die eine Kugel wert sind und Männer, die sterben müssen. Zeit mir einen neuen Auftrag zu suchen. Ja, der neue Auftrag, wie gesagt, geht weiter in Sniper Elite 4, Freunde. Jo. Trophäe erhalten, Kammerjäger. Zeit nach zum Nachladen. Wow. Cool. Jo. Dann heißt es jetzt nur noch erstmal Multiplayer. Kampagne ist ja durch. So. Ich würde mal sagen, ich mach mal ein kleines Päuschen, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich zum Multiplayer-Gelben wieder. Dankeschön fürs Zuschauen nochmal. Und jo. Bis später. Und denkt dran, Freunde, dieses Video wird wieder auf YouTube exportiert. Das heißt, ihr könnt es euch später auch nochmal gerne angucken, wenn ihr wieder zu Hause seid, die nicht da sind. So. Alles klar. Ich bin dann mal Daumen hier. Und bis später. Ciao, Jungs und Mädels. Haut rein. Euer Dennis. Bis später.